Du willst Mikrocontroller programmieren, weißt du aber nicht wie du am besten anfängst? Dann solltest du im folgenden Video gut aufpassen. Zuerst musst du wissen was du eigentlich realisieren willst. Soll eine Leuchtdiode blinken oder willst du Zahlen auf einer Dot Matrix darstellen? Je nachdem was das Ziel deines Projektes ist, musst du einen entsprechenden Mikrocontroller wählen. Projekte gibt es wie Santa mehr. Wir können hier nicht nur einfach LEDs blinken lassen, sondern auch beispielsweise Texte auf einem LCD-Display anzeigen, die Helligkeit mit einem LDR bestimmen, Entfernungen per Ultraschall messen oder mit elektromagnetischen Wellensignale von einem zum anderen Mikrocontroller übertragen. Das sind nur ein paar Beispiele für die beinahe unbegrenzten Möglichkeiten mit Mikrocontrollern. Also, bevor du loslegst, überlege dir zuerst was du alles für dein Projekt brauchst. Danach kannst du dir entsprechend der Anforderungen deines Projektes einen passenden Mikrocontroller raussuchen. Ich habe hier mal ein paar rausgesucht, die wir in dieser Serie behandeln werden. Da wäre zuallererst der AT-Tiny 13. Er ist wie die meisten Controller hier von Atmel. Er braucht mit seinen 8 Pins sehr wenig Platz und ist günstiger als sein etwas größerer Bruder der AT-Tiny 85. Er hat ebenfalls dieselbe platzsparende Bauform, allerdings bekommt man für den Aufpreis noch ein paar bedeutende Features mehr. Aber dazu später. Weiter geht's mit den Controllern der Atmega-Reihe. Daraus ist der Atmega 8 und der Atmega 328p vertreten. Die genauen Spezifikationen und Unterschiede schauen wir uns später an. Zuletzt habe ich noch einen Controller von Microchip. Und zwar den PIC16F1454. Da war der Hersteller mal kreativ. Mit diesem Mikrocontroller werden wir uns als letztes beschäftigen. Die hier abgebildeten Controller sind alle in der PDIP-Bauform. Das bedeutet, dass sie einen Plastikkörper haben und die Beinchen in zwei Reihen rechts und links vom Controller rausgehen. Die Beinchen sind, wenn sie nicht verbogen sind, exakt 2,54 mm voneinander entfernt. Das entspricht dem Lochabstand einer handelsüblichen Lochrasterplatine. Somit brauchen wir später keine speziell angefertigte Platine. Üblicherweise benutzt man zwischendrin noch einen Sockel. Dieser wird zuerst eingelötet und anschließend der Controller eingesetzt. Dadurch erhitzt man beim Löten nur den Sockel und die Pins des Mikrocontrollers bleiben kalt. Denn durch Erhitzen kann der Mikrocontroller beschädigt werden. Zudem kann man den Controller später einfach austauschen, wenn er kaputt geht oder wenn ihn woanders braucht. Für Mikrocontroller gibt es verschiedene Bauformen. Wir verwenden für diese Serie ausschließlich die PDIP-Bauform, die wir gut in Platine anlöten oder auf unser Breadboard stecken können. Ein Mikrocontroller kann allerdings auch so aussehen. Aber diese Bauform ist zu schwierig zu löten und damit für uns ungeeignet. Zudem müsste man dann auch noch die Platine erhitzen und das Ganze ist im Hobbybereich ein viel zu großer Aufwand. Aber was ist jetzt genau der Unterschied zwischen den Mikrocontrollern? Dazu habe ich diese Tabelle erstellt. Wie man schon auf den Bildern sehen konnte, unterscheiden sie sich grob erstmal an der Anzahl der Pins. Wichtig für unser Projekt jedoch ist die Anzahl der IO-Pins. Denn diese sind die Pins, an die wir später beispielsweise eine LED hängen können. IO steht für Input & Output. Das bedeutet also, dass wir darüber alles, was außerhalb des Mikrocontrollers geschieht, regeln werden. Jedoch muss man bei der Wahl des Pins aufpassen, wenn man auch zusätzlich serielle Kommunikation oder andere Peripherien nutzt, weil dabei bestimmte IO-Pins wegfallen können. Ein für uns unwichtiger, allerdings für die industrielle Massenproduktion relevanter Aspekt ist der Preis. Ein Bastler, der für ein 40-Euro-Projekt 50 Cent mehr für den Controller ausgibt, macht sich darüber wohl keine Gedanken. Wenn jedoch ein Unternehmer eine Platine in China herstellen lässt, die er für 3 Euro weiterverkauft, machen die 50 Cent gleich mal ein Sechstel des Stückpreises und somit auch des Gewinns aus. Ich werde für die ersten Beispielprojekte mit dem AT-Tiny 13 anfangen und immer wenn wir ein Feature nutzen wollen, das auf unserem aktuellen Controller nicht vorhanden ist, zum nächstbesseren wechseln. Wenn wir beispielsweise eine LED ein- und ausschalten wollen, reicht uns der AT-Tiny 13. Wenn wir einen G-Register ansteuern wollen, reicht uns ebenfalls der AT-Tiny 13. Wenn wir allerdings über SPI digitale Sensoren auslesen wollen, sollten wir auf den AT-Tiny 85 wechseln, da dieser eine Hardware-SPI-Schnittstelle besitzt. SPI steht für Serial Peripheral Interface. Darauf werde ich aber erst in einem späteren Video noch genauer eingehen. Wenn unser Programm irgendwann einmal einen bestimmten Umfang erreicht, kann es sein, dass es nicht mehr in den 1 KB kleinen Flash-Speicher des AT-Tiny's passt. Somit müssen wir auch in diesem Fall auf einen größeren Controller wechseln. Wenn wir schon mal beim Speicher sind, im EE-Prom kann man Daten speichern, die nach einem Neustart des Controllers noch vorhanden sein sollen. Im SRAM werden die Daten zur Laufzeit gespeichert und sind damit nicht mehr nach einem Neustart verfügbar und im Flash-Speicher wird das Programm gespeichert. Die Programme werde ich anfangs für die kleinen Controller in Assembler und C schreiben und später bei den AT-Megas ausschließlich mit C bzw. C++. Ja schön, jetzt haben wir einen Mikrocontroller. Aber allein damit kommen wir auch nicht weiter. Was brauchen wir denn jetzt eigentlich noch? So, überlegen wir mal. Wir brauchen etwas, um das Programm zu schreiben, also einen Computer oder Laptop. Dann müssen wir das Programm noch irgendwie auf den Mikrocontroller bekommen. Dazu nehmen wir einen ESP-Programmer und ein entsprechendes Übertragungskabel. Beides gibt es aus China für so 1,50 bis 3 Euro. Wenn dann das Programm auf dem Controller ist, muss dieser auch noch mit einer Spannung versorgt werden. Das kannst du mit einem Festspannungsregler, einem Labornetzteil oder einem Breadboard-Power-Supply machen. Um das Ganze nachher besser für Testzwecke aufbauen zu können, solltest du noch zusätzlich über ein oder mehrere Breadboards verfügen. Natürlich dürfen auch Jumper-Wire nicht fehlen. Je nachdem, was du für ein Projekt planst, müssen auch Sensoren, Motoren oder was du sonst noch brauchst vorhanden sein. Wir werden vorerst für das nächste Video nur einen Widerstand, eine LED und einen Button benötigen. So, die Hardware haben wir jetzt. Nun brauchen wir nur noch die Software. Dazu gehört ein Programm, um das Programm zu schreiben, also eine IDE, das steht für Integrated Developer Environment, und ein Programm, das den Programmer ansteuert. Ich persönlich und in dieser Serie benutze dafür AdMail Studio und AVR Dude. Um diese beiden wundervollen Programme wird es dann im nächsten Video gehen. Noch zum Schluss eine kleine Anmerkung zu programmieren. Ich werde zwar alles im Quellcode erklären, allerdings sollten Grundvoraussetzungen in dem Programmieren vorhanden sein, da diese Serie speziell auf das Arbeiten mit Mikrocontroller ausgelegt ist und nicht auf das Erlernen einer Programmiersprache. Wenn ich euer Interesse geweckt haben sollte oder euch das Video gefallen hat, abonniert mich doch einfach, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Wenn ihr Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, schreibt es mir doch einfach in die Kommentare. Dann bis bald und ihr hört mich im nächsten Video wieder.